Er kriegt jeden Monat Ausschüttungen aus seinem Depot und erzielt dabei eine Ausschüttungsrendite von 8%. Und wie er das macht, das verrät uns heute Anton Gneupel. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute ist Anton Gneupel bei mir zu Gast. Anton ist erst 25 Jahre jung, muss man sagen, aber er ist bereits ein einkommensorientierter Investor. Das heißt, seine Anlagestrategie besteht daraus, verschiedene Einkommensströme aus seinem Depot, aus seinen Wertpapieren zu erzielen und diese so einzusetzen, dass die möglichst wenig miteinander korrelieren. Klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt, aber ist eine sehr, sehr spannende Strategie, insbesondere weil ich persönlich überhaupt nicht einkommensorientiert bin aktuell, ist es eine Strategie, für die ich mich jetzt ganz besonders interessieren werde. Und wie Anton da vorgeht, also welche Einkommensströme, so langsam, er da miteinander kombiniert. Das wird er uns auf jeden Fall verraten. Er wird uns außerdem verraten, in welche Assetklassen er investiert und ungefähr mit welcher Gewichtung er da unterwegs ist. Er wird uns verraten, wie er es mit Dividendenaktien hält. Also ist die hohe Dividendenrendite nicht immer auch ein Anzeichen dafür, dass da irgendwas schiefläuft mit dem Unternehmen? Dazu wird er Stellung nehmen. Er wird uns verraten, wie er mit der Quellensteuer umgeht und welche Möglichkeiten es da gibt, da also auch mit möglichst wenig Aufwand das Optimum für sich rauszuholen. Und er wird uns verraten, mit welchen weiteren Assetklassen, also insbesondere Anleihen und Covered Calls, er zusätzliche Renditen erzielt. Und wenn das alles für dich eine Relevanz hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt und natürlich ein Abo, denn dann verpasst du keine weiteren spannenden, hochkarätigen Interviews hier auf meinem Kanal. Und ich muss noch einen kleinen Hinweis geben. Ich habe einen technischen Fehler gemacht. Ich habe im StreamYard, darüber haben wir aufgenommen, einfach einen falschen Haken gesetzt. Deswegen könnte es sein, dass die Bildqualität in diesem Video ein wenig schlechter ist, als das in meinen anderen Videos der Fall ist. Seht es mir bitte nach. Asche auf mein Haupt war mein Fehler, nicht Antons. Aber ich kann euch sagen, dieses Gespräch ist trotzdem ziemlich gelungen und deswegen freue ich mich da sehr drauf jetzt. Und jetzt keine weiteren Worte mehr von meiner Seite. Rein ins Gespräch mit Anton Gneupel. Hallo Anton, schön, dass du da bist. Grüß dich, Timo. Ich freue mich sehr, hier mal bei dir zu Gast sein zu dürfen. Sehr, sehr gerne, mein Lieber. Anton, du bist Einkommensinvestor. Was bedeutet das eigentlich? Ja, das bedeutet, dass man, wenn es ums Thema Renditen, wenn es ums Thema Erträge geht, dass man da eben primär auf diese Barertragskomponente setzt. Heißt alles, was aus den Wertpapieren im Bestand ausgeschüttet wird, sei das Dividenden, sei das Zinsen oder wenn man es clever macht mit einem Covered-Core-Fonds beispielsweise, dann auch die erzielten Optionsprämien, die da ausgeschüttet werden. Also, dass man von den Renditen her primär auf die Barerträge setzt, heißt nicht 7% Kursrendite und 1% Dividende, sondern eher andersrum verteilt, eher 7% Dividende und 1% Kursgewinn jedes Jahr. Und die Vorteile davon sind natürlich mannigfaltig. Man kann davon dann ziemlich komfortabel leben oder zumindest ein hohes Zusatzeinkommen generieren. Aber da sprechen wir sicherlich heute noch drüber. Ja, genau. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Lebst du allein von den Erträgen aus deinem Wertpapier-Depot? Wie ist das? Ja, das wäre natürlich charmant, wenn ich das jetzt schon mit Mitte 20 könnte. Aber zur Realität gehört natürlich auch, dass, um von Kapitalerträgen zu leben, egal wie jetzt die Strategie ist, selbst wenn man 20% Rendite pro Jahr machen würde, bräuchte man ja schon ein, ich sage mal, so eine halbe Million aufwärts. Und das ist jetzt, wenn man jetzt nicht zufällig reich geerbt hat, was jetzt bei mir nicht der Fall ist, natürlich noch nicht der Fall. Gleichzeitig habe ich jetzt, weil ich schon, sage ich mal, schon in meiner Jugend mich mit Börse beschäftigt habe, schon bevor ich Aktien selber handeln konnte, habe ich da schon Vorarbeit geleistet, sodass ich jetzt auch schon auf ein ziemlich ansehnliches Einkommen gerate, was auch deutlich über dem Niveau ist, was man jetzt mit einem Minijob erzielen würde. Also das ist schon im vierstelligen Bereich, was ich da an laufenden Einkünften erziele. Und das ist natürlich jetzt schon eine sehr schöne Zusatzrente, dann später mal. Aber es kauft mir natürlich auch im Hier und Jetzt einen schönen Sicherheitspuffer, weil ich weiß, wenn ich angenommen, morgen ist irgendwas, ein gewisses bedingungsloses Grundeinkommen habe ich trotzdem. Und für das muss ich nichts tun. Das ist ja das Schöne. Es gibt ja Options-Trading-Strategien, da musst du die ganze Zeit rumhandeln. Bei meinem Ansatz ist das nicht der Fall. Es kommt einfach aufs Konto. Ja, super spannend. Also Glückwunsch, dass du das jetzt schon in relativ jungen Jahren so geschafft hast. Also das ist ja für viele auch ein sehr attraktives Ziel. Und also nur, um das mal so ganz grob einordnen zu können. Also reden wir jetzt hier eher von 1.000 oder 2.000 Euro pro Monat oder ist das eher im Bereich 5.000 oder 6.000 Euro anzusiedeln? Also darf ich dich mal ganz direkt danach fragen? Ja, das ist jetzt natürlich eine gute Frage nach meinem persönlichen Depotwert. Wenn man ein bisschen Dreisatz kann, dann könnte man das jetzt hochrechnen. Also das kann man sich, denke ich, leicht beantworten, weil wenn man eher so im Bereich 5.000, 6.000 Euro Monatseinkommen wäre, dann wäre man eher im Bereich hohes sechsstelliges bis siebenstelliges Vermögen, um solche Renditen zu erzielen. Kann man sich ja vorstellen. 5.000 brutto pro Monat sind 60.000 im Jahr. Wenn wir jetzt mal von nur 6% Ausschüttung ausgehen, das wäre dann eine Million, was man da bräuchte. Da bin ich nicht heiß, da bin ich aktuell eher noch im niedrigen, vierstelligen Bereich, was ich aber persönlich extrem attraktiv finde. Dafür, dass ich eigentlich ja noch ganz am Anfang bin in meiner persönlichen Investorenlaufbahn. Ja, unbedingt. Also das bedeutet, wenn du das jetzt einfach mal so 10, 15 Jahre weitermachst, dann kann man sich ja schon vorstellen, wenn du halt zusätzlich über dein laufendes Einkommen auch immer weiter dein Vermögen andickst, dass das irgendwann vielleicht auch mal, dass die Erträge potenziell sogar mal irgendwann höher sein könnten, als vielleicht dein laufendes Einkommen. Deswegen fangen wir mal da an. Wo ist denn eigentlich, also was hast du für einen fachlichen Background? Was machst du eigentlich? Fachlicher Background, das ist sehr interessant. Ich bin seit knapp zehn Jahren einfach Börsenenthusiast. Ich wurde von meinem Großvater schon, wie ich schon angeteasert hatte, schon in meiner Jugend mit 15 da schon herangeführt an das Thema Aktien. Er hatte mir damals so einen schönen DWS, Basler Aktienfonds, Sparplan eingerichtet, seitdem ich geboren wurde, jeden Monat ein paar Euro rein. Und das war eigentlich ein schlechtes Produkt, ein schlechter aktiver Fonds mit saumäßig hohen Kosten, Ausgabeaufschlag. Aber ich war total begeistert, weil damals lief das ja schon 15 Jahre und das Ding war trotzdem im Plus. Und ich bin ja aus einer Zeit, da gab es ja keine Zinsen. Alles, was ich mich am Kapitalmarkt erinnern kann, das war ja nach 2011, da gab es ja keine Zinsen mehr. Und er hatte mir dort eine Anlage, die er schon für mich bespart hatte, vorgestellt, die Renditen geliefert hatte. Also da war ich total angefixt, habe mich dann, habe mir dann wahrscheinlich jedes YouTube-Video angesehen, gegen jeden Podcast reingezogen, den es gab zum Thema, jetzt die letzten knapp zehn Jahre. Und ich habe während meines Abiturs, also ich habe Wirtschafts-Abi gemacht, hat mich aber ehrlich gesagt alles nicht so wahnsinnig interessiert, die Schule. Ich habe dann in der letzten Reihe irgendwie am Laptop oder am Handy mich die ganze Zeit mit Aktien beschäftigt. Also ich habe jetzt keine Banklehre oder keinen BWL-Master. Ich bin einfach learning by doing. Und bei der Einkommensstrategie halt, also am Ende, wie kommt es dazu? Ich war eigentlich ursprünglich eher typisch, wie es dann für 18-Jährige ist, war ich dann eher auf der Growth-Seite. Also welche Aktie macht mir aus meinem kleinen Depot schnell ein großes? Ist ja die Klassiker-Geschichte, Timo. Die wirst du ja auch kennen. Und dann habe ich halt bei meiner Mutter gesehen, die stand vor der Herausforderung, dass sie eine schlechte Riester-Rente hatte, eine schlechte vermögensbildende Lebensversicherung hatte. Da stand auch ein sechsstelliger Betrag im Feuer, sag ich mal, zumindest war das ein sechsstelliger Betrag, schlecht angelegt. Und da ging auch jeden Monat Geld rein in diese Anlagen. Und wir haben uns das ja mal durchgerechnet dann zusammen. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt dann damals schon wesentlich mehr Ahnung als sie von Finanzen. Und wir haben uns das mal durchgerechnet. Und da wäre eine jetzt nicht finanzielle Katastrophe bei Renteneintritt gekommen, aber das wäre dann nicht viel mehr als Grundsicherung. Obwohl sie ja fleißig berufstätig ist. Das ist ja das Verrückte, dass sie ordentlich verdient, auch in die gesetzliche Rente einzahlt, zusätzlich diese Produkte macht und hinten raus passiert trotzdem nichts. Und was haben wir dann gemacht? Wir sind zur Bank gegangen. Der freundliche Bankmitarbeiter hat uns natürlich erzählt, dass das alles perfekt ist. Wir haben es dann gegen die Empfehlungen aufgelöst. Wir haben die Steuersparnisse zurückgezahlt. Zurückgezahlt. Das ist jetzt schon viele Jahre her. Haben das alles angelegt nach dieser Einkommensstrategie, die ich in der angelsächsischen Welt entdeckt hatte. Also in der angelsächsischen Welt, UK, USA, Kanada, Australien, ist das absoluter Standard, auf hohe Barausschüttungen zu setzen. Sei es über Dividenden oder eben Zinsgehickel. Hab die entdeckt in der angelsächsischen Welt, die Strategie. Hab gesehen, dort leben Rentner von solchen Einkommensstrategien. Dann baue ich das doch mal hier für meine Mutter um. Das scheint doch auch die richtige Strategie zu sein. Und jetzt, mehrere Jahre später, das Depot meiner Mutter läuft super. Jeden Monat gibt es dort ordentliche Ausschüttungen. Die zahlt jeden Monat weiter Geld ein. Und als ich das dann dort gesehen habe, bei ihr, also das war dann erledigt, das Thema. Ich war selbst noch so auf der Growth-Aktien-Seite unterwegs, mit eher weniger Erfolg als viel Erfolg, wie es ja auch so häufig ist. Welche Picks hast du da gemacht? Die ersten Picks, die waren Fiat. Und ich bin ganz ehrlich, Fiat einfach nur, weil sie im letzten Jahr gestiegen ist. Kein anderer Investmentgründ. Ich habe gegoogelt, welche Aktien sind im letzten Jahr besonders gestiegen. Fiat, Aroundtown und Infineon. Ohne jede Strategie. Es ging nur darum, schnell ein paar Prozent Rendite zu machen. Das ist fast zehn Jahre her. Also das ist, wie man halt so die Anfänge macht, als jugendlicher Investor. Und habe dann meine eigene Growth-Strategie gesehen, die überhaupt nicht funktioniert hat. So sehen wahrscheinlich viele Depots von jungen Erwachsenen aus. Und habe das Depot meiner Mutter gesehen, die jeden Monat Renditen einfährt, die sich nicht die Bohne dafür interessiert, für ihr Depot, weil es einfach läuft. Die beschäftigt sich nicht damit. Das funktioniert einfach. Und dann habe ich gemerkt, hey, vielleicht sollte ich ja mal von meinem hohen Ross runterkommen, mit der Anmaßung, ich könnte da mit Einzelaktien irgendwelche Renditen erzielen. Und bin dann einfach mit auf ihre und auf ihre Seite gewechselt. Habe dann eigentlich das, was ich schon für sie umgesetzt hatte. Auch für mich selbst umgesetzt. Und seitdem fahre ich damit auch sehr gut. Daraus ist ein YouTube-Kanal 2019, Januar 2019 entstanden. Sehr erfolgreicher Podcast, gemeinsam mit dem Luis Patzos, der Einkommensinvestoren-Podcast. Und seitdem berichten wir darüber. Und ja, das zu meinem Lebenswerk. Nicht Lebenswerk, Werdegang bisher. Lebenswerk, da kommt noch einiges. Ja, okay, sehr gut. Ja, wow. Kann ich mal fragen, wieso die Ausschüttungsrendite bei deiner Mutter sich darstellt? Weil du hast vorhin gesagt, wenn man nur von 6% ausgeht. Also 6% Ausschüttungsrendite würde mir persönlich jetzt auch schon relativ hoch erscheinen. Und da ist dann natürlich auch später nochmal die Frage, also welche Risiken muss man da eingehen? Auf welche konkreten Einkommensströme setzt man da eigentlich? Das stelle ich nochmal ein bisschen zurück. Aber erst mal nach der Rendite gefragt. Also wie kann man sich das vorstellen? Also das ganz Entscheidende, also gute Frage, Timo. Und da kann man auch schon Fehler machen, wenn man das falsch betrachtet. Also an erster Stelle muss man sich überlegen, in welcher Anlageklasse bin ich unterwegs? Bin ich im Bereich der Aktien unterwegs, dann habe ich schon mal eine innere Rentabilität in den Aktien von so roundabout 8% pro Jahr. Das kann ich einfach so überlegen, wenn ich im Schnitt ein 12er KGV habe in den Unternehmen, dann entspricht das einer Gewinnrendite roundabout von 8% pro Jahr. Und diese Renditen, die kann ich mir, wenn ich es richtig mache, eben nicht über den Kursgewinn auszahlen lassen, sondern auch mit den richtigen Vehikeln über Bar-Ausschüttung. Heißt, theoretisch kann man durchaus 8% über ein gesamtes Portfolio erzielen. Es gibt dann Ausreißer nach oben, so wie eben auch mal eine British American Tobacco teilweise mal bei 10% war oder bei knapp 10%. Umgekehrt gibt es dann auch Ausreißer nach unten, die dann nur bei 4% rentieren. Also ich bin auch selbst in einem Fonds investiert, den Norbert Schmidt, den hast du ja auch schon im Interview. Das ist beispielsweise ein Anleihenfonds, der schüttet auch monatlich aus, der Bronzmann für die Income vom Norbert, der Fonds, der ist eben nur bei 4%, aber ich habe eben auch einen Titel im Depot, der ist bei 16%. Und da kommt sowohl eben meine Mutter als auch ich in meiner Privatstrategie dann auf einen attraktiven, gemittelten Wert. 8% in der aktuellen Phase kann man durchaus machen. Als die Zinsen bei 0 waren, war eher so 6, 7% das, was konservativ machbar war. Irgendwie mega riskant mit absoluten Spezialvehikeln kann man immer zweistellig Ausschüttungen machen. Aber davon rate ich jedem ab. Es gibt ja auch so High-Income-Instagrammer, die sich dann freuen, also die haben 10 Aktien im Depot, alle zahlen irgendwie 10% Dividende, aber ich schaue mir das an und denke mir, das geht ein paar Jahre gut und dann knallt es halt. Wenn man sich dann die Klumpenrisiken da ansieht, dann, aber jeder ist seines Glückes, jeder ist seines Glückes schmied an der Börse. Und ich verfolge da einen sehr, sehr konservativen Ansatz. Es klingt vielleicht 4, 6, 7, 8%, aber wenn man es richtig macht, ist das absolut konservativ machbar. 8% brutto oder 8% netto, also quasi Steuern, möglicherweise Transaktionskosten und so weiter noch runter? Das ist natürlich eine Bruttoangabe. Okay, okay, alles klar. Und Anton, lass mich das nur noch mal klarkriegen, also ich finde es mega spannend. Also du bist aber aktuell quasi noch in der Phase des Vermögensaufbaus, aber fährst gleichzeitig sozusagen die Einkommensstrategie schon. Also beißt sich das nicht irgendwie oder geht das Hand in Hand? Ja, habe ich auch schon mehrfach gehört, den Einwand, weil könnte man ja jetzt auch, also es hat verschiedene Komponenten, die Antwort. Also ganz einfach kann man sagen, für mich ist es entscheidend, langfristig mehrere Jahrzehnte lang eine Strategie durchhalten zu können und dabei gute Renditen einzufahren. Und wenn eine Strategie mir das liefern kann und ich gleichzeitig noch gut schlafe, dann bin ich damit sehr glücklich. Also das ist die ganz kurze Antwort. Okay. Und eine Frage, die höchstwahrscheinlich auch in den Kommentaren wieder gestellt werden würde, schlägt man mit so einer Strategie den Markt? Nein, das ist dezidiert nicht der Anspruch, den Markt zu schlagen. Wenn man sich dann mal die Strategie im Detail ansieht, dann setze ich ja primär auf Sammelanlagen. Unter anderem sowas wie den Bondsmanfli-Inkamp vom Norbert oder sage ich mal, es gibt ja auch andere Dividenden-ETFs, Dividenden-Fonds, Closed-End-Fonds. Am Ende geht es darum, maximal breit diversifiziert, maximal sicher dadurch auch aufgestellt zu sein. Also ich habe die ganze Welt im Depot und wenn ich die ganze Welt im Depot habe, dann kann ich die Welt gar nicht outperformen. Also es ist nicht der Anspruch, sondern der Anspruch ist, maximal planbar, maximal sicher, diesen Barertrag zu vereinnahmen. Kann man auch an einem ganz simplen Beispiel machen. Wir hatten mal eine Investorenanfrage. Der hat mir mal, das war vor der Dividenden-Kürzung von Shell, da hieß es mal, also 2019 war das, vor der Dividenden-Kürzung hieß es, hey, ich kann doch einfach mein ganzes Geld, hat ein Anleger gefragt, ich kann doch einfach mein ganzes Geld in die Shell-Aktie packen. Die zahlten mir 6%, die haben schon über 60 Jahre Dividende gezahlt, wird doch immer weitergehen, wieso brauche ich denn da mehr? Ganz simpler Antwort, ist es viel sicherer, 106%er zu haben, als ein 6%er. Weil wie schnell der 6%er zum 2%er wird, hat man ja bei Shell gesehen. Und deswegen, maximal breite Diversifikation, weil dann ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn hier mal was gesenkt wird. Klar, ich habe dauerhaft Dividenden-Senkungen im Bestand, aber ich habe halt auch immer Dividenden-Steigerungen. Und im Schnitt geht es aufwärts. Und gerade in Phasen wie jetzt, wo es inflationär war und ist, hat man, obwohl die Dividenden so hoch sind, auch noch eine positive Tendenz. Aber ich glaube, Timo, ganz entscheidend ist es vielleicht auch an der Stelle nochmal zu ergänzen, dass es einen großen Unterschied gibt bei hohen Ausschüttungen. Weil, wenn ich jetzt so DAX-Aktien mir anschaue, mit 8, 9% Dividende, da hätte ich persönlich Angst. Aber wenn ich mir, wenn ich mir einen Infrastrukturfonds anschaue, der 8% zahlt, dann sage ich mir, okay, das ist passend fürs Geschäftsmodell. Weil wenn der in Straßen und Brücken investiert ist, was soll der denn machen? Soll der Erträge reinvestieren und tauchenweise Brücken neu bauen? Nee, da kehrt alle Erträge aus. Das ist ja die Natur der Sache. Jetzt lass uns mal wirklich in die Asset-Klassen rein. Also, ich vermute auch mal, korrigiere mich gerne, dass jetzt halt diese Asset-Klassen, die du gleich anspichst, die höchstwahrscheinlich auch bei dir in deinem Portfolio so vertreten sind. Nicht wahr? Also, über welche Einkommensarten verdienst du Geld? Dividenden, Zinsen und was gibt's noch? Ja, ich nenne es auch gerne, guter Punkt, Timo, ich nenne es ganz gerne Multi-Einkommensstrategie oder Multi-Income-Strategie. Weil Dividenden an sich sind der wichtigste Einkommensstrom bei mir, aber gleichzeitig Dividenden, das wissen wir alle, die können auch mal sinken. Die können auch mal fallen und in einer schweren Krise sinken Dividenden tendenziell. Man hat da so einen gewissen, aus der Historie, so einen gewissen Korrelationskoeffizienten, wo man so sagt, hey, wenn Kurse um 50% fallen, hat man tendenziell auch einen 30%igen Rückgang der Dividenden auf breiter Front in den Indizes. Und damit man eben nicht wenn mal in einer schweren Krise die Kurse mal so deutlich einbrechen, weil die Wirtschaft Probleme hat, damit das dann eben nicht bei den Dividenden eins zu eins niederschlägt ins Einkommen, von dem man ja leben möchte im besten Fall, oder wo man zumindest sich darauf verlassen will, dass sie kommen. Damit das nicht passiert, habe ich noch andere Einkommensströme, die auch sehr wichtig sind. Zinsen, nenne ich Fixed-Income-Strategie, bekannter geworden der Name Fixed-Income durch Andreas Beck mit Fixed-Income-Worn. Das ist jetzt ja nicht so meine Kategorie, weil das ja eher so die Kategorie Cash-Partner ist, aber Fixed-Income-Zinsinstrumente, da kann man auch im Bereich 8% Ausschüttung pro Jahr generieren. Jetzt im Bereich Hochzinsanleihen eher so 7%, wenn ich im Bereich der Unternehmenskredite bin, kann ich aber auch mal 10% Ausschüttung pro Jahr generieren und der Vorteil bei Fixed-Income im Vergleich zu Dividenden ist, Fixed-Income-Zinsen sind obligatorisch. Die müssen gezahlt werden, solange die Unternehmen noch solvent sind. Ich meine, wir haben gerade die BeiWa-Geschichte. BeiWa geht es gerade gar nicht gut. Was jetzt noch Zinsen erhält, sind Hybrid-Anleihe und Standard-Anleihe. Dividende kann man sich erstmal abschminken für die nächsten Jahre. Und es gibt gleichzeitig eine Hybrid-Anleihe mit fast 8% Coupon und die bekommt noch Geld. Die ist höchstwahrscheinlich auch im Kurs ziemlich abgeschmiert, oder? Also da wirst du jetzt einen heftigen Drawdown drin haben in der Anleihe, oder? Die Aktien sowieso, ich bin ehrlich gesagt in der Anleihe nicht investiert. Das war jetzt bloß ein... Die Anleihe ist auch kurstechnisch unter Druck geraten, genau wie die Aktie. Aber was für mich das Entscheidende ist, ist, dass man mehr Planbarkeit ins Einkommen bekommt. Und wenn man vorrangig in der Kapitalstruktur und der Unternehmen ist, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man noch Geld bekommt, höher. Natürlich sind Zinsen nicht garantiert. Wenn das Unternehmen null Umsatz mehr generiert und keine Substanz mehr zur Verwertung ist, dann gibt es keine Rückzahlung der Anleihe, keine Zinsen. Aber das ist natürlich nicht der Gang der Dinge, sondern erstmal gehen Gewinne zurück, dann werden Dividenden gesenkt, dann kann man in der Regel immer noch Zinsen zahlen und wenn es dann noch schlimmer wird, dann geht es eben weiter. Aber man ist eben eine Stufe vorrangiger, gesicherter. Fixed Income ist da also eine unkorrelierte Einkommen oder nur mäßig korrelierte Einkommensquelle im Kontrast zu Dividenden. Dann gibt es noch Optionsstrategie, Erlöse, also Optionsprämien. Da handele ich nicht direkt, ich bin ja kein Trader, sondern ich setze da auf Covered Call Fonds. Gibt es beispielsweise den JP Morgan Equity Premium Income ETF, das ist jetzt ein US ETF, JP ist da die Abkürzung, gibt mittlerweile auch eine europäische Variante davon, beide liegen so bei 8% Ausschüttung monatlich gezahlt, woher kommt der hohe Ertrag, Timo, der hohe Ertrag, der kommt aus Covered Call Geschäften. Also da werden, wollen wir da ganz kurz reingehen in Covered Call? Ja, ja gerne. Dann ein ganz kurzer Ausflug. Covered Call, wenn wir jetzt mal den, wir nehmen jetzt mal die Coca-Cola Aktie, ich weiß nicht, wo die gerade steht, wir sagen mal, die steht bei 10 Euro. Jetzt kann ich ja sagen, ich habe sie im Bestand und lasse die einfach laufen und kriege meine 3% Dividende oder ich wäre sogar bereit, die vielleicht, wenn sie auf 11 Euro oder darüber geht, sie sogar zu verkaufen. Wenn ich dazu bereit wäre, dann kann ich einen Call verkaufen, ich verkaufe also ein Recht einem anderen, dass er sie, wenn sie auf 11 oder darüber geht, dass er sie dann haben kann, die Aktie und dafür, weil ich ihm das Recht verkaufe, mir die abzukaufen bei Eintritt dieses Kurssprungs, dafür erhalte ich eine Prämie. Normalerweise springt die Aktie aber nicht von 10 auf 11, sondern die dümpelt normalerweise einfach weiter seitlich rum und dann habe ich das Ergebnis, dass ich meine Aktie habe, meine Dividenden habe und noch eine ordentliche Prämie erzielt habe und die Prämien, die liegen da auch mal bei 10% jährlich. Ab und zu geht die Aktie dann durch die Decke. Bei Nvidia hätte das nicht gut ausgesehen, hätte man viel Kursgewinn verpasst, aber das ist eben nicht der Normalfall, dass Aktien so wahnsinnig abgehen. Heißt, im Schnitt kann man mit Covered Call auch nochmal 3, 4, 5, 6, 7% Ertrag als Cashflow erzielen und so ein Covered Call Fonds, der zahlt den dann aus, wenn es ein schöner Fonds ist, dann auch monatlich und das ist wieder eine unkorrelierte Einkommensquelle, weil man eben nicht auf den Gewinn der Unternehmen angewiesen ist, woraus dann Dividenden gezahlt werden, sondern das ist, also es ist eine, es hat nichts mit Cashflow der Unternehmen zu tun. Es ist nicht Solvenz abhängig wie Fixed Income, es ist nicht gewinnabhängig wie Dividenden, sondern es geht einfach nur darum, dass es dieses Wertpapier überhaupt noch an den Börsen gibt. Am besten schwankt es auch noch stark das Wertpapier, weil dadurch steigen die erzielbaren Prämien mit, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Volatilität, Wix-Ständen und erzielbaren Optionsprämien. Heißt, ich setze einfach auf Kursschwankungen. Es ist eine völlig neue Ertragsquelle, die ich mir erschließe, auf ähnlichem Niveau und das hat eine ganz eigene Dynamik. Es verhält sich anders als Dividenden, weil tendenziell, wenn Dividenden steigen in so einem stabil-positiven Umfeld, da ist die Volatilität niedrig, sinken die Optionsprämien gleichzeitig. Wenn die Volatilität richtig abgeht und Dividenden tendenziell unter Druck geraten, dann steigen Optionsprämien. Und da habe ich beim JP Morgan Equity Premium Income ETF, immer wenn der Wix steigt, steigen meine Ausschüttungen. Das ist total genial. Da habe ich einen perfekten Income-Hedge. Und dann gibt es noch so ein, zwei Spezialitäten, Spezialitäten, aber das waren jetzt die wichtigsten Punkte. Ja, okay, sehr gut. Also drei Einkommensströme, im Wesentlichen drei Asset-Klassen. Wie, also nur so ganz grob, wie sind die bei dir verteilt, dass du auf diese 8% Ausschüttungsrendite auf dein Portfolio kommst? Also kann man da so sagen, 50% Dividendenaktien, 30% Hochzinsanleihen aus dem Unternehmenssektor und dann 20% Covered Calls oder wie ist das strukturiert? Das ist immer in Bandbreiten strukturiert. Ich habe das nicht fix gemacht, dass ich sage, ich brauche genau 20% Fixed Income, sondern ich habe das in Bandbreiten, dass ich sage, 15 bis 25% beispielsweise soll dann mal der Fixed Income-Bereich ausmachen und genauso ist auch in den anderen Bereichen, weil ich immer so eine gewisse Mindestdosis haben möchte, um diese positiven Effekte davon zu haben. Gleichzeitig habe ich eine Maximalgrenze, weil ich will auch nicht nur auf Fixed Income setzen, beispielsweise, weil wenn die Zinsen jahrelang fallen, habe ich tendenziell eine negative Tendenz da drin in Fixed Income-Erträgen. Ist ja klar. Also wenn ich jetzt ein High Yield Produkt habe und das ist ein ETF, der einfach nur alle erzielten Renditen auskehrt, dann in einem sinkenden Zinsumfeld sinken dann die Ausschüttungen. Vorteil, wenn man dann Dividenden dabei hat, die steigen im selben Zeitraum in der Regel. Also ich kategoriere das in Bandbreiten, um einfach immer die positiven Effekte zu haben, aber nirgendwo zu große Klumpen zu haben, weil wie gesagt, es geht nicht darum, unbedingt das letzte Quäntchen Rendite rauszuquetschen, sondern es geht darum, diese Planbarkeit drin zu haben, weil wenn man erst mal 65 ist und man möchte eigentlich vom Depot leben oder man möchte in Frührente gehen, man möchte vielleicht auch schon mit 45 in Teilzeit gehen, man hat gleichzeitig schon ein sechsstelliges Depot und man möchte die Einkommenslücke, die entsteht, weil man jetzt in Teilzeit geht, man möchte diese Lücke decken, diese möchte man schließen. Dann muss der Zusatzertrag halt relativ verlässlich sein und dafür brauchen wir halt diese verschiedenen Einkommensquellen, damit die sich im besten Fall dann schön gegenseitig nivellieren in ihren Schwankungen. Lass uns mal bei der Asset-Klasse bleiben, die für meine Zuschauer wahrscheinlich am leichtesten umsetzbar sind und wofür sich auch die meisten interessieren und das sind ja die Dividendenaktien. Kannst du uns da mal abholen mit drei, vier Titeln aus deinem persönlichen Portfolio, die bei dir irgendwie gerade wichtig sind, wo du halt überdurchschnittlich hohe Renditen erzielst? Also damit man mal so eine Vorstellung bekommt, um welche Art von Aktien reden wir denn hier eigentlich? Also das wird ja jetzt wahrscheinlich nicht so ganz klassisch eine Münchner Rück oder eine Procter & Gamble und so weiter sein, sondern ich schätze mal, dass es ein bisschen spezialisierter. Ich habe aus Gründen, guter Punkt, ich habe aus Gründen der Sicherheit tatsächlich alles im Bestand, heißt auch eine Procter & Gamble, auch eine Coca-Cola, auch die ganzen Klassiker, die mache ich dann aber beispielsweise über einen Covered-Call-Fonds. Also aus einer Procter & Gamble kriege ich nicht 8% Dividende raus. Wenn ich einen Fonds habe, der auch noch Calls darauf schreibt, dann habe ich meine 2, 3% oder 4% Dividende, mache ich noch ein paar Prozent Covered-Call-Ertrag, dann komme ich auch auf meine 8% Ausschüttung. Also das ist, ich habe die ganzen Klassiker, aber wir können gerne mal uns 1, 2, 3 Spezialitäten ansehen. Die sind ja, denke ich, sehr interessant, Timo. Lass uns gerne mal einsteigen mit Acadian Timber Corporation. Wer des Englischen mächtig ist, der könnte es schon erahnen, worum es geht. Das ist eine, es hat was mit Wald zu tun. Und zwar, es ist eine Aktie, die inhaltlich, aber mehr einem Fonds entspricht, weil es gar kein operatives Geschäft hat. Also da wird nichts produziert, sondern man besitzt einfach etwas. Und was besitzt man da? Man besitzt dort mehrere Hunderttausende an Hektarn an Waldflächen in Ost-Kanada und in Maine und in Ost-Nord-Ost-USA. Also komplett im Osten des nordamerikanischen Kontinents engagiert, hält man dort die Rechte an riesengroßen Mischwaldflächen. So weit, so gut. Man ist Waldinhaber, man besitzt die Wälder, die Wälder wachsen von selbst, man muss sich theoretisch um nichts kümmern. Woraus entsteht der Ertrag? Naja, man schickt ab und zu mal gegen Gebühr fremde Firmen da rein, lässt die Wälder ein bisschen im nachhaltigen Umfang ein bisschen zurechtschneiden, wird zur Holzproduktion genutzt. Also je nachdem, was das für Bestandteile am Baum sind, wird es zu Brettern, wird es zu Biomasse für Verbrennung, für Pellets oder wird es eben zur Papierproduktion genutzt. Man schickt gegen Gebühr fremde Unternehmen da rein, die bedienen sich im vereinbarten Umfang nur so viel wie nachwächst, das ist ganz entscheidend. Die befolgen die Regeln der nachhaltigen Waldwirtschaft, die ja meine ich sogar aus Sachsen kommt, diese Lehre. Und daraus, durch dieses Nichtstun und ab und zu gehen fremde Leute in deinen Wald, macht man circa 9% Ertrag pro Jahr, ausgeschüttet werden 6-7% quartalsweise gezahlt. Also das ist eine Art kanadischer Waldfonds, super defensiv, man macht nichts. Die Asset-Manager in dem Vehikel sind Förster, die gehen ab und zu mal durch den Wald und gucken sich den an. Das, was der Fondsmanager bei der DBS macht am Computer, gehen dort die Förster mal durch den Wald und schauen sich den Bestand an. Also das ist ein, finde ich, sehr interessantes Vehikel. Okay. Und was ist die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite bei dir? Also eine British American Tobacco, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die bei dir reinpassen könnte, würde. Und gibt es da aber auch Titel, die vielleicht sogar 12, 13, 14% machen und direkt hinterhergeschossen, sind das nicht Aktien, die dann halt auch brutal abgestürzt sind? Also hat man da nicht dann quasi in diesem Hochrendite-Bereich dann immer diese Fallen Angels drin? Ja, das waren jetzt verschiedene Fragen. Ich fange mal mit deiner Fallen Angels-Frage an, weil ich die sehr gut finde. Das kommt ganz klar darauf an, was man sich ansieht. Und das ist ein berechtigter Einwand bei Hocheinkommensstrategie. Sind das nicht alles Aktien, die gefallen sind? Es kommt halt darauf an. und es kommt vor allem auf die Geschäftsmodelle an. Wenn ich jetzt eine BASF habe, die plötzlich bei 8% Dividende ist, ja, warum ist die bei 8% Dividende? Nicht, weil sie nicht ins Geschäft reinvestieren kann und deswegen alles ausschütten muss, sondern weil sie massiv abgestürzt sind und dann eben von 4% Dividende auf 8% gefallen sind. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch so hoch rentieren, war auf jeden Fall vor einer Weile noch so, dass das zumindest ausgewiesen wurde und was ich mache, ist mir einfach immer Vehikel anzusehen, wo das strukturell begründet ist, die hohe Ausschüttung und nicht, weil der Kurs so abgeschmiert ist. Der Cadillin Timber hat seit Jahren Kursgewinne und die haben halt so hohe Ausschüttungen, weil sie gar nicht reinvestieren können. Die ganzen Wälder dort, die sind alle schon, da hat jeder, hat überall schon jeder seine Hand drauf. Die Wälder sind verteilt dort in den Gegenden. Da will niemand seine Wälder in der Regel verkaufen. Was macht man also, wenn man nicht reinvestieren kann? Man schüttet halt den kompletten Ertrag aus und wenn ich eine Aktie habe, die bei einem 10er KGV liegt, angenommen, das wäre so bei Acadian Timber, 10er KGV, das ist ja ein durchschnittliches KGV für ein nicht besonders wachsendes Unternehmen, wenn ich da eine Vollausschüttung habe beim 10er KGV, bin ich ja schon bei 10% Ausschüttungsrendite. Also ich kann ein stabiles Geschäftsmodell haben und mit einer Vollausschüttung dann einfach 10% erwirtschaften. Acadian Timber ist natürlich sehr beliebt, die sind nicht beim 10er KGV, aber da komme ich trotzdem mit einer fast Vollausschüttung auf 6-7% Ausschüttung. Und die anderen Vehikel, die ich mir ansehe, das sind auch, da gibt es einfach strukturelle Gründe für die hohe Ausschüttung. Infrastrukturfonds, BBGI Global Infrastructure, ist ein luxemburgischer Fonds, kann man aber kaufen wie eine Aktie. Das ist ein Luxemburger Fonds und der investiert in der ganzen Welt den Infrastrukturprojekt. Unter anderem gehört dem eine große Scheibe, ein großer Ausschnitt der ganzen A7-Autobahnen. Weiß man ja gar nicht. Ein großer Teil der A7, eine der längsten Autobahnen Europas, die führt in Deutschland von Norden nach Süden, natürlich, gehört ein großer Anteil BBGI Global Infrastructure oder hier bei mir in der Nähe, Burg bei Magdeburg, da ist einer einer der modernsten JVA's in ganz Europa. Der Knast gehört auch dem Fonds. Und das Ganze wird, also man ist Investor, Kapitalgeber für diese Projekte und verließ das Ganze an die öffentliche Hand, öffentliche Hand, extrem, solventer, solventer Mieter. Man kriegt da sehr, sehr sichere Mieten und da komme ich auch auf meine 7% Ausschüttungsrendite mit einem wahnsinnig sicheren Geschäftsmodell und der Kurs geht langfristig trotzdem die ganze Zeit nach oben und die Ausschüttungen steigen die ganze Zeit. Jedes Jahr gibt es da eine Anhebung. Natürlich, BBGI Global Infrastructure könnte man jetzt sagen, ja, die sind ja 2022 im Kurs gefallen. Ja klar, also wenn ich plötzlich 5% auf Anleihen in den USA bekomme, korrigieren natürlich solche sicheren Assets genau wie Reeds im Preis, ändert aber nichts daran, dass ich einen langfristigen Aufwertungstrend habe und extrem sichere Dividenden. Also ja, Timo, es gibt viele von Angels, das ist nicht mein Metier, ich setze eher auf stabile Zahler, wo das strukturelle Gründe hat, Infrastruktur, Wälder, Wasserrechte und so weiter oder die Standardaktien Procter & Gamble und sowas dann über einen Covered Call Fonds. Ja, okay, verstanden. Was kostet denn der Fonds? Also was hat der für eine TER? Der BWGI, Global Infrastructure, der liegt bei unter 1% pro Jahr. Also es ist ein super, der hat auch über eine Milliarde Assets under Management, aber die haben eine sehr faire Kostenquote, ich meine unter 1% pro Jahr. Und das ist, muss man ja sagen, es ist ja Private Markets, ich rede ja hier nicht von einem ETF, den man nur programmieren muss, den ETF, damit der umgesetzt wird, sondern da rede ich ja von einem Management Team, was ein Netzwerk von Toronto bis Sydney haben muss, um die Projekte umzusetzen, um das überhaupt zu bewerkstelligen, also das ist super günstig und also das ist eins meiner Lieblingsinvestments. BBGI, Global Infrastructure, super sichere, hohe Ausschüttung und da kriege ich auch immer noch meinen hohen Ertrag, wenn die Zinsen wieder fallen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, ich kriege auch bei einem Festgeldkonto meine 4%, die sind halt irgendwann wieder weg, während mein hoher Ertrag im Einkommensdepot, der bleibt. Ich hoffe, damit habe ich deine Frage Timo ausreichend gut beantwortet. Ja, ja, wunderbar. Also, wie gesagt, mir schießen die ganze Zeit auch noch weitere Fragen in den Kopf, weil ich es wirklich mega spannend finde, weil ich halt selber auch überhaupt gar nicht einkommensorientiert bin und ja, also insofern interessiert mich das wirklich, dieses Thema und lass mich nochmal kurz zu den Reeds fragen. Also, das heißt, du nimmst dir die Drawdowns in Kauf, die waren ja auch durchaus beträchtlich und sagst dir, okay, ich bin sowieso buy and hold orientiert und bleib dann dabei. Also, was weiß ich, was gibt es für Reeds? Es gibt ja auch so ganz wilde Geschichten wie Cannabis-Gewächshäuser und so. Da bist du wahrscheinlich dann eher nicht mit drin, oder? Auch für den Bereich der Real Estate Investment Trusts habe ich wieder einen Fonds, weil ich bin ja nicht über Renditen suchender Stockpicker, sondern ich möchte einfach die Profitabilität, die Reeds als Anleihklasse haben, die möchte ich einfach abschöpfen, habe dafür einen kostengünstigen ETF in dem Fall und da sind dann auch sowas wie Innovative Industrial Properties, die Cannabis-Immobilien haben, die sind da sicher zu 0,5% auch gewichtet. Aber ja, das gehört zur Wahrheit dazu. Wir haben in der Strategie, in der Einkommensstrategie, haben wir Drawdowns von Aktien-ähnlichem Niveau. Gibt natürlich Ausreißer, ich sag mal, einen Anleihenfonds und selbst einen Hochzins-Anleihenfonds wie jetzt der vom Norbert, da sind wir schon deutlich weniger in der Volatilität. Umgekehrt habe ich dann aber auch Investments, die sind so gelagert, weil es beispielsweise außerbörsliche Beteiligungs-Holdings sind. Das ist ja schon riskanter als eine reguläre Aktie. Also kann man sich so vorstellen wie eine Aurelius. Aurelius Equity Opportunities, kennst du die? Das ist so eine deutsche Beteiligung. Das ist schon wesentlich riskanter, was die machen, als in normale Aktien zu investieren. Und in solchen Aktien hast du dann auch mal, wenn andere Aktien 30% fallen, auch mal 50% Rückgang. Aber im Mix durch konservative Beteiligungen, konservativere und etwas offensivere sind es aktienmarktartige Schwankungen. Also da hat man jetzt keinen Schwankungsvorteil im Vergleich zu einem ETF-Sparplan oder keinen Schwankungsnachteil. Genau. Und pickst du eigentlich auch die Fonds, ETFs, Einzelaktien nach dem Ausschüttungstermin? Also ist das ein relevantes Kriterium? Und bekommst du wirklich jeden Monat was? Oder gibt es auch mal Monate, wo du gar nichts bekommst, aber dafür knallt es dann in einem Monat extrem? Also die Ausschüttungstermine, die waren mir am Anfang relativ wichtig. Am Anfang habe ich dann so verschiedene Investments kombiniert, damit jeden Monat was kommt. Mittlerweile ist mir das, also ich habe mehrere Dutzend Wertpapiere im Bestand, davon viele Quartalszahler, viele Monatszahler, hier und da ein Halbjahreszahler. Ich habe keinen einzigen Jahreszahler, das ist bei mir im Regelwerk hinterlegt, das kommt einfach nicht in Frage. Das ist eine persönliche, also könnte man theoretisch auch machen, aber das ist für mich einfach, das geht dann auch häufig mit so einer deutschen Dividendenmentalität einher, die die deutschen Unternehmen haben, die dann sehr unzuverlässig zahlen. Also Jahreszahler habe ich grundsätzlich keine per Regelwerk und weil es einfach so viele Zahler sind und so viele Quartals- und Monatszahler, spielt das für mich keine Rolle, weil dann einfach jeden Monat mehrere Ausschüttungen kommen und das ist ein sehr, sehr konstanter Cashflow. Das ist jetzt nicht so, Timo, dass ich jetzt irgendwie optimiere, noch aus der Perspektive, dass jeden Monat exakt derselbe Betrag sein muss. Das ist nicht so, weil das entspricht auch nicht der Realität, wenn man so ein Portfolio macht, angenommen man hat ein, sag ich mal, 100.000-Euro-Depot und man hat das nach so einer Strategie umgesetzt, dann macht man es meistens so, dass man sich einmal im Quartal die Gelder abhebt, zumindest die Anleger, die ich kenne. Es gibt natürlich auch, sag ich mal, so Scalable Capital Trade Republic Depots, wo sich die Anleger das jeden Monat entnehmen und dann, sag ich mal, ihren Handytarif damit bezahlen, kann man auch machen. Das ist jetzt aber, das kenne ich jetzt in meinem Bereich so nicht so, meistens ist das dann dieses einmal im Quartal entnehmen und dann ist das auch sehr, also es spielt dann keine Rolle, ob es mal im Januar ein bisschen weniger war als im Februar, weil spätestens im März wird es dann wieder kompensiert. Hast du nicht einen Riesen-Pain mit der Quellensteuer? Obwohl, du machst relativ viel über die Fonds, dann wird das hier auch nochmal professionalisiert abgewickelt, aber das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass du, wenn du Einzelaktien im Bestand hast, insbesondere US-Zahler oder auch an die Schweiz und so weiter, da wird ja erstmal ordentlich Quellensteuer auch abgezogen. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil irgendwie nur aus Spaß so ein Portfolio und dann muss man, also das Ziel ist ja, dass das Leben einfacher wird und nicht, dass man dann das ganze Leben damit beschäftigt ist, Quellensteuer aus Norwegen und aus der Schweiz zurückzufordern. Ich versuche, alles Quellensteuer einfach zu haben. W8-Band-Formular für die USA, das CAS-Formular, meine ich, heißt das für Kanada und Australien und alle Länder, also dann ist man bei 15% Quellensteuer in diesen Ländern oder bei 0% Quellensteuer im Fall von Australien regelmäßig und dann ist alles sofort anrechenbar, überhaupt kein Thema. Manche Länder haben überhaupt keine Quellensteuer, Singapur, Hongkong, UK, Kanalinseln, alles komplett Quellensteuerfrei, deutsche ETFs sowieso keine Quellensteuer, Irland-ETFs keine Quellensteuer und schwierige Länder, sag ich mal, Norwegen, Italien, Schweiz, die sind alle nur in Fonds enthalten, wo das automatisiert abgewickelt wird und da hat man ja dann wieder den großen steuerlichen Vorteil, dass man dann nochmal von so einer 8% Fond-Ausschüttung, sag ich mal, einen global investieren, also wir nehmen mal den JEPG, das ist der JP Morgan Global Equity Premium Income ETF. Europäischer ETF, Covered Call Ansatz, investiert aber weltweit 8% monatliche Ausschüttung, der hat natürlich auch Norwegen, der hat auch die Schweiz, der hat auch Italien dabei, der hat aber intern, macht er alles optimal, so optimal wie möglich und zusätzlich sind ja, ich bin kein Steuerberater, aber so mache ich es und so ist auch korrekt, hat man noch 30% Teilfreistellung auf diese 8% Ausschüttungsrendite. Also die 8% sind bereits nach allen Quellensteuern, die angefallen sind und nach Fondkosten, nach ETF-Kosten und habe dann trotzdem nochmal 30% Teilfreistellung. Das ist jetzt vielleicht netto keine Ersparnis, aber ich habe überhaupt keinen Stress mit Quellensteuern. Und dann meine zwei letzten Fragen, also ist Crypto-Staking für dich auch ein Feld, wo du dich umschaust, weil ja damit sind ja auch noch gute Einkommensströme möglich, wenn auch zu hohem Risiko mit Sicherheit und das zweite ist, ab welchem Betrag würdest du so eine Einkommensstrategie anraten? Also brauche ich auf jeden Fall schon mal 100.000 Euro, 250.000 Euro? Ja, zur ersten Frage, die könnte ich dir gleich zurückspielen, Timo. Kennst du gute Krypto-ETPs mit ordentlicher Staking-Ausschüttung? Wenn es das gäbe, ich bin kein Krypto- Enthusiast, aber ich versuche marktneutral zu sein. Heißt, wenn es ein gutes Vehikel gibt, wo man Staking- Erträge aus einem Krypto-ETP beziehen kann beispielsweise, dann wäre ich sogar dabei. Gibt es sowas? Oder musst du selbst nochmal recherchieren? Ne, ich meine nicht, dass es Krypto-ETPs mit Staking und Ausschüttungskomponente gibt. Also, ne, ist mir nicht sicher. War das auch mein letzter Stand. Deswegen bin ich noch nicht dabei, aber ich versuche meinungsfrei weitgehend zu bleiben, was die einzelnen Anlageklassen angeht und deswegen wäre ich auch prinzipiell investiert zu geringem Anteil dann in so einem Krypto-ETP. Und die zweite Frage, da musst du mich nochmal ganz kurz abholen. Genau, ab welcher Summe? 100.000, 250.000 oder geht das schon viel früher? Ja, wir haben ja auch so jetzt mit dem Louis zusammen im Einkommens-Investoren-Podcast, da haben wir ja eine relativ breit gefächerte Community. Wir haben so von, sag ich mal, von 25 bis 80 alles dabei. Unter 25, da interessiert sich ehrlich gesagt niemand für uns, weil das sind dann häufig solche Spielgeld-Depots, wie ich es auch mit 18 hatte. Aber alles, was dann so ein bisschen kritischer von der Masse wird, da machen sich dann schon viele sehr Gedanken. was da die optimale Anlagestrategie ist und was dann auch eine altersfähige Strategie ist. Ich meine, du kannst ja die wildesten Trading-Strategien fahren, aber irgendwann bist du mental nicht mehr in der Lage, die krassesten Trading-Strategien zu fahren. Mit 70, 75, also da ich hoffe es nicht, aber ich werde da auch abbauen. Und da verfolge ich jetzt lieber mal schon mal eine Strategie, die alterssicher ist, wo ich nicht jeden Tag exakt darauf achten muss, was ich da für Knöpfe drücke, weil ich sonst mein Depot auslösche. Also da machen sich viele Gedanken, jetzt schon eine alterssichere Strategie umzusetzen und deswegen sind wir da eher so im Bereich 25 bis 75. Ich glaube, über 75 hat die Google-Auswertung überhaupt nicht als Kategorie. Und volumenmäßig, ja, macht das natürlich Sinn, sage ich mal so ab 10.000 Euro aufwärts. Man muss ehrlich sagen, finanziell frei, das ist jetzt vielleicht auch ein ganz entscheidender Schluss, ein ganz entscheidendes Schlusswort, Timo, wirklich finanziell frei und von Dividenden leben, das kommt nicht aus, das versprechen natürlich alle Trading-Coaches anders, aber finanzielle Freiheit, Leben von der Börse, das klappt nicht rein aus Börsengewinn. Da muss man auch jahrelang arbeiten gehen, im besten Fall auch ein halbwegs gutes Einkommen, dann regelmäßig was zur Seite legen und dann clever investieren und dann auf der Investitionsseite eine gute Strategie wählen. Aber nur so wird ein Schuh draus. Du kannst nicht, ich habe selber gehofft, dass ich mal mit 10.000 Euro mich reich traden kann, habe dann gemerkt, das wird halt nichts. Oder es ist so aufwendig, dass es schon wieder ein Full-Time-Job ist, wo ich sage, der Stundenlohn ist so schlecht für die 3% Zusatzrendite, da lohnt es sich dann doch eher wieder arbeiten zu gehen. Also es lohnt sich schon ab kleinen Summen, der echte Hebel ist die Realität, muss über Einzahlungen ins Depot kommen. Und wenn man dann ein schönes Depot hat, was auch immer größer wird und man das mit einer schönen Strategie kombiniert, dann kommt der Schneeball richtig ins Rollen und das habe ich über die letzten Jahre geschafft, aber dann muss man eben auch auf allen Fronten Gas geben und nicht nur hoffen, dass das Depot aus Renditen groß wird, weil dieses Hoffen aus der Rendite wird es groß, da entstehen dann die großen Depot-Katastrophen mit extrem spekulativen Positionen. Du hast wahrscheinlich auch schon ein paar davon gesehen, wo man dann halt irgendwie mit Knockout-Zertifikaten versucht, sein Depot zu verhundertfachen. Ja, also mit sowas soll es nicht werden. Lieber bei konservativen Strategien bleiben, jetzt mal um ein positives Schlusswort von meiner Seite aus zu wählen, lieber auf konservative Strategien setzen, die ordentlich durchziehen, fleißig einsparen und dann kann das jeder schaffen, einen wesentlichen Teil seiner Einnahmen durch Börseneinkünfte zu decken. Das muss auch gar nicht in meiner Strategie sein. Das galt jetzt für alle Börsenstrategien. Anton, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in deine Strategie. Super spannend und ja, würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal einen weiteren Deep Dive in diese Strategie machen können bei Zeiten. Timo, ich habe dir zu danken, habe mich extrem gefreut und ich denke, da ist noch reichlich Stoff für ein für ein Follow-up. Ich bin gespannt, was 2025 für uns beide so bringt. Danke dir. Bis dahin. Ja, das war mein Gespräch mit Anton Gneupel. Ganz interessante Einblicke in seine Anlagestrategie, wie er da vorgeht, welche Assets er einsetzt, welche Einkommensströme. Fand ich hochspannend und ich gebe jetzt einfach mal die Frage an euch weiter. Wie haltet ihr es mit dieser Multi-Einkommensstrategie? Ist das etwas, was jetzt in der Phase des Vermögensaufbaus vielleicht schon für euch eine Relevanz hat oder sagt ihr, ja, okay, ist ganz interessant zu wissen, dass es so etwas gibt, aber das wird möglicherweise erst relevant, wenn ihr im Ruhestand seid, also das heißt, wenn dann also die Phase der Vermögensnutzung dann tatsächlich einsetzt, also nicht der Vermögensmehrung, sondern halt, dass man aus seinen Erträgen dann sein Leben zum Großteil bestreitet. Ja, das würde mich wirklich interessieren, wie blickt ihr darauf oder sagt ihr, ja klar, also Anton macht es ja auch so, dass er bereits in der Phase des Vermögensaufbaus auch schon diese Strategie einsetzt, dann also entsprechend auch die Drawdowns, also die potenziellen Risiken in Kauf nimmt, aber dann halt buy and hold technisch unterwegs ist. Auch sehr, sehr spannend übrigens, dass er insbesondere auch Fonds und auch ETFs dafür einsetzt, also das ist ja auch etwas, wo möglicherweise der eine oder andere sagt, ja, ich möchte aber eigentlich meine Aktien dann selber picken, ich stelle es einfach mal anheim, also die Frage geht an euch raus, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare und vergesst nicht den Abo-Button zu drücken, denn dann verpasst ihr keine weiteren hochkarätigen Interviews mehr auf meinem YouTube-Kanal hier. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video, alles Gute euch, euer Timo. 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 Timo.